Ich mache ein Video von euch. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Wie schön. Es ist ja schon 11 Uhr. Die Tasche. Oder das T-Shirt. Oder das hier. Ich mag das. Guck mal. Das gelbe Shirt. Wie findest du das? Die braune Strichjacke findest du am besten? So, Shop open. Tschüss ihr Lieben und danke. Tschüss. Danke, danke, danke ihr Lieben für dieses mega krasse Feedback. Wir waren innerhalb von der ersten Stunde schon zum Teil ausverkauft. Jetzt wurden gerade wieder ein paar Sachen re-gestockt im Online-Shop. Das heißt, ihr könnt jetzt noch mal reingehen, wenn irgendwas nicht geklappt haben sollte. Ich habe eure Nachrichten gelesen und wir versuchen natürlich so schnell es geht nachzuschießen. Ich trage übrigens den Pullover mit La Mama. Und auch Levi hatte heute den gleichnamigen Pullover Levi an. Auch in diesem Cremeton mit Mini-Aufschrift am Arm. Und anstrengend. Bevor ich Kinder hatte, war das natürlich eine inhaltsleere Floskel, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber dann kommen diese kleinen Wesen auf die Welt, umhüllen einen mit so viel Liebe und man versteht es plötzlich. Das Schönste am Muttersein ist für mich eigentlich... Hallo. Hallo ihr Lieben, ich bin Jessi von Jonel und ich freue mich sehr euch heute meine Mini-Me Kollektion für Kauf Dich Glücklich vorzustellen. Ich glaube Mutterschaft ist wirklich das Schönste und das Anstrengendste, was ich je im Leben gemacht habe. Aber das Beste. Ja, Mama zu sein, das bedeutet für mich ganz viel aufzugeben, aber dafür unfassbar viel zurückzubekommen. Muttersein ist...